Liebe Trachtenträger, schön, dass wir Kärbei in Lürnberg feiern können nach dem Traumhaus Wetscherhausen. Und das, was war, und ich heute die Worte von Luzia, war auf. Gott ist überall und Gott ist in uns drin. Und das symbolisieren alle Kärbei-Strauß, der Rosmarein als Baum des Lebens. Und die farbenfrohe Bänder an dem Erhied, das ist die Freit. Wo die Wetscherhause sind, ist immer Freit und da geht es immer richtig zu. In Wetscherhausen wurde die Kärbei immer am ersten Sonntag im Oppenheim gefeiert. Es war das größte und bedeutendste Fest in Lürnberg von Madelow. Man feierte drei Tage und sie daraus war mit dem Sonntag in der Kirche. Als Vorkenzer begrüße ich euch, ihr lieben Leute, die ihr von Ahren wertgekommen seid. Fühlt euch wohl in unserer Mitte, denn wir feiern heute die Kärbei in alter Sitte. Hoch die Kärbei, hoch die Gäste, lasst uns fröhlich sein. Musik, stark rein! Jubel ausf bail! hoch die Gäste! Untertitel Collège Ne JAMES Vielen Dank. 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 Yes. Vielen Dank. Yes. Thank you. 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 Thank you.